Richtig und falsch. Das ist richtig. Das ist falsch. Es ist richtig. Es ist falsch. In Dörren, wenn man die Sprache sagt, dass man die Sprache oder falsch ist, dann sagt man die Sprache oder nicht. Die andere Sprache ist die Sprache. Du hast recht. Du liegst richtig. Du hast recht. Du liegst falsch. Das ist richtig. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Das ist nicht falsch. Ist das richtig? Ist das falsch? Der Satz ist richtig. Kennt jemand die richtige Antwort? Du hast das Wort falsch geschrieben. Mit einem falschen Konto hat er jahrelang Geld gestohlen. Richtiger. Falscher. Sein Satz ist richtiger als deiner. Sein Satz ist falscher als deiner. Am richtigsten. Am falschesten. Die Schülerin liegt mit ihrer Antwort am richtigsten. Die Schülerin liegt mit ihrer Antwort am falschsten.